Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich hoffe euch ist gut. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich ein Nudelgericht zubereite. Ich verwende Udon-Nudeln, die bekommt ihr im Asienshop. Die sind bereits vorgekocht. 100 Gramm geschnitzelte Hähnchenfleisch aus der Oberkeule, Spitzkohl, Karotte, drei Esslöffel aus der Soße, zwei Esslöffel helle Sojasauce, halbe Teelöffel dunkle Mushroom Sojasauce. Nehmen lieber erstmal etwas weniger, weil sie sehr intensiv ist. Geröstelte Erdnüsse, geschnitte Frühlingszwiebel, Koriander, und für die Leiche schärfe Peperoni. Und jetzt wollen wir mal anfangen. Jetzt zwei Esslöffel Sonnenblumenöl heiß werden lassen. Nun das Hähnchenfleisch dazu geben und schön anbraten. Zwischendurch das Fleisch immer mal wenn, bis es schön Farbe hat. Die Ausseinsauce, helle Sojasauce und die Karotten. Und jetzt lassen wir die Karotten schön durchziehen. Jetzt geben wir den Kohl dazu. Hier ist die Udornudel. Nur kurz mit anbraten, weil die schon vorgekocht sind. Nun noch die dunkle Sojasauce dazu geben. Und jetzt geben wir die leckeren Kräuter dazu. Zum Schluss das Ganze noch mit der dunklen Sojasauce nach eurem Geschmack abschmecken. Das gibt dem Gerät auch Farbe. Er wisst ja, das Auge ist mit. Und jetzt geben wir die Kohl dazu ab. Und dann geben wir die Kohl dazu. Das Soup passt hervorragend, mein selbstgemagtes Knoblauöl. Das Reserv findet ihr auf meinem Kanal. Wie möglich, kann natürlich auch noch ein Spiegel-Ei dazu braten. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Wer es etwas schärfer mag, nimmt noch etwas größeres Chili-Pulver. Das Reserv findet ihr auf meinem Kanal. Für weitere leckere Rezepte schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Vergesst nicht ihn zu abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Ich freue mich über ein Like und über euer Feedback in den Kommentaren.